Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden nominiert für den Ride Attack, Only One Picture und wir haben sie uns natürlich voll gefreut. Und wir sind übrigens nominiert worden von der lieben Isa, von Isas Vlog. Und ja, also wir fangen dann einfach mal an. Was siehst du täglich? Was vermisst du? Was ist neu? Highlight des letzten Jahres? Was ist dein Ziel für die Zukunft? Niemals ohne? Bestes Bild der Woche? Was machst du am häufigsten? Dein Lieblingswort beim Pferd? Was macht dich am meisten happy? Geknipst und sofort verliebt. Also ich bedanke mich für die Nominierung. Danke Isas Vlog. Und ich hoffe ihr habt ein paar Eindrücke. Und ja, ich werde jetzt nominieren. Zwar die Sassi's Pony. Die Grabo und Isabelle Hildebrandt. Ich hoffe ihr macht das auch. Ich find's lustig und mal was anderes. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video auch macht. Und ja. Okay. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020